Hey Leute, ich bin's MacPavarek. Ihr habt ja auch das Problem, dass einige eurer Apps oder eine bestimmte App einfach nicht mehr starten will. Dann möchte ich euch hierfür mal die Ursachen zeigen und auch zeigen, welche Lösungsansätze es da gibt. Ja, sollte sich eine bestimmte App nicht mehr öffnen lassen, könnt ihr eins mal versuchen. Ihr geht in die Einstellung eures Handys hinein und dann geht ihr hier auf Apps und Benachrichtigungen. Und dann habt ihr hier die Apps und dann klickt ihr ja beispielsweise mal eine App an und könnt ihr einmal das Beenden erzwingen. So, dann könnt ihr zusätzlich noch den CAT-Speicher leeren. Ja, somit ist die App jetzt einmal komplett resettet, dann könntet ihr versuchen, diese App wieder zu starten. Ja, wenn alles nichts hilft, der letzte Schritt könnte einmal sein, die App zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren. Bevor ihr das aber macht, solltet ihr auch prüfen, ob eine aktuelle Version dieser App überhaupt auf eurem Gerät installiert ist. Dazu geht ihr beispielsweise in den Play Store hinein und schaut dann halt hier bei meinen Apps und Spielen und guckt hier mal, ob die aktualisiert sind. Ihr seht hier, ich kann hier schon ein paar Apps aktualisieren. Das kann mitunter manchmal ein Grund sein, warum die Apps nicht starten, wenn man eben hier nicht die aktuelle Version installiert hat. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat. Das sind so ein paar Dinge, die ihr mal probieren könnt. Es kann natürlich auch einfach sein, dass euer Handy vielleicht einfach viel zu alt ist. Das ist irgendwann auch mal der Fall, dass dann die neue Software nicht mehr mit der alten Hardware kompatibel ist. In dem Fall müsste man sich dann halt ein neues Gerät zulegen. Aber ja, das dauert schon, bis da keine Updates mehr aus solchen alten Geräten erfolgen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverig. Bis dann, ich sage bis dann, bis dann, ich sage bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Vielen Dank.